Schwarz Bild Und jetzt zieht die Kamera auf und da steht sie schon Ne, ein bisschen näher müsste sie schon kommen Das ist gut, ne noch Ja, Marleen Lohse, die Botschafterin des Kurzfilmtags 2019 Kratzt sich nochmal nachdenklich an der Nase Und sie erzählt von ihrer großen Liebe Und die große Liebe ist natürlich der Kurzfilm Der Kurzfilm Der Kurzfilm Tag Und ich liebe am Kurzfilm, dass man nie weiß, was als nächstes passiert Es ist immer wieder eine ganz große Und jetzt nochmal Schnitt auf Marleen Lohse, die erklärt, was am Kurzfilm so toll ist Beim Kurzfilm gibt es keine Regeln Außer diese drei Regeln Erstens Alles ist erlaubt Zweitens Kurz halten Sonst Und was ist mit drittens Und runterfallen Ja, drittens Das Ende muss einfach spektakulär sein Ja, okay, ich mach das Und Ende und Schwarz Bild Zweitens Untertitelung des ZDF, 2020